Ja, heil. Herod in Phase 3 dann. Wie ist das ein Boss? 5,4,3,2,1 Oh! Oh nein! Nein! Ich dachte gerade, ich... ...meine Art fliegt dem Boss vorbei. So, jetzt kommt irgendwo eine Qualle. So, da sind ganz viele Quallen. Renn von den Quallen weg. Oder auch nicht. Jetzt kommen die Dots. Und da sind die Ads. Lass die erstmal stehen. Oh! Obwohl, die Tornados kommen gleich. Jetzt bombt die Offs weg. Die sollten eigentlich irgendwo in der Mitte sterben, ne? Ah, naja. Jetzt kommt gleich ein Tornado. Wo ist der Tornado? Da ist der Tornado. Dann können die Ads ein bisschen später sterben. Was sind das für Kollegen? Das sind eigentlich die Dinge, die man auf sich drauf hat. Ach so. Er bombt einfach prinzipiell alles weg. So, die Tornados, wie wir sehen, sind in der Tat sehr unwicht. Also, ähm... Vielleicht sind die im HC dicht da. Wow. Oh. In den Quallen. Kommt hinten das Zeug weg. Face the might, that lurks beneath the waves! Charming the waters! Krippen Der große Wal kommt jetzt glaube ich Velius das ist der Der Hai rennt da raus Jetzt kommt der böse So jetzt ist da der Der Wal kommt gleich Die Tente muss Übrigens zum Wal gebracht werden Damit er er kaut Ist das für ein Shot Da muss man doch zu 5 losen stacken Ach stimmt dann müssen wir den Raid Aufteilen oder ne das war ein anderer Boss Moment Ach so Ok jetzt kommt die Crashing Wave in 5 nochmal Bummt die adds weg Crashing Wave ist der Hai Der Velius Achtung Oh diese lila Punkte auf dem Boden Das sind diese Dinger die man aufnehmen muss Und dann zum Wald wagen muss Genau und sonst nicht aufnehmen Jetzt ist aktuell kein Wald da So was ist Hydra Schuss denn für eine Gärt dir? Ähm das ist eine Fähigkeit Da wird ein Random Target aus Und das müssen 3 Leute zogen Das ist so ähnlich wie die Mechanik von Ozark eigentlich Dazwischen stehen einfach Ja genau Deswegen bin ich verloren Weil ich alleine stande Weil das tötet auf HC Ich glaub das macht 7 kurz Crashing Wave nochmal da Mich hast auch gekillt Du meinst Verrozen oder nicht Ah ja Good point Sterb nicht So Slicing Tornado kommt nochmal Im HC müssten wir den jetzt ähm Müssten wir da wo dieser grüne Paddel ist Da müssten wir sozusagen Ähm Diese kleinen Ads ne Das sind doch Ist das nicht der dort Wahrscheinlich Wahrscheinlich Ich bin die auch Er ist auf HC aktiv Ich weiß das ist nicht wie das auf normal ist Mit dem Aber HC machen wir jetzt definitiv Gut 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 Ja weil wir kriegen keine Qualen mehr Das heißt äh Ich glaube das ist ja Das wird wir wahrscheinlich in der Wir kriegen gleich jetzt nochmal den Wal Dann dauern wir Oder nicht Das war's Oh Viel zu kurz auf heute